Dass man das Lied auf der Bühne singen wollte. Das ist auch auf unserer neuen CD. Da wurde es kurz hitzig beim Soundcheck, oder? Ein paar haben mich wahrscheinlich gesehen, wie ich hier noch sowas hingeklebt habe. Meine Schwester kennt mich für diese Kurzfristigkeit. Ja, irgendwann bringe ich sie noch um für diese Kurzfristigkeit. Ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen. Genau, sowas hält das Leben kribbelig und spannend. Ja, wilde Zeiten, ja. Wilde Zeiten, genau. Und jetzt, es geht nicht mit und es geht nicht ohne. So, und mit etwas Glück. Jetzt bin ich aber selber noch. Wieso hast du nur deinen Text hingeklebt? Das ist schon ein bisschen viel. Okay, das ist die Strafe der Schwester. Aber wir entführen euch jetzt alle in ein Land, das dieses Jahr ganz schön gestraft war. Ihr wisst ja, dass die meisten von unseren Verwandten mindestens 100 Stück aus Südtirol, aus Italien kommen. Und deshalb denken wir jetzt einfach an dieses Land. Und wir hoffen, dass wir ein bisschen italienisches Flair hierher bringen können. Und dieses Jahr müssen wir alle auf viel verzichten. Auch auf Fußball. Ich kann euch nicht sagen, wie das meine Männer zu Hause trifft. Auf die EM. Und deshalb haben wir ein italienisches Lied ausgesucht, das vielleicht ein bisschen das Fußballfieber in euch weckt. Ich hoffe, ich habe den Text. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020